Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu sehen. Alleine. Ich spiele wieder Minecraft Dungeons. Mit meinem Papagei aber. Also doch nicht alleine. Aber ihr habt keine Freunde. Als nächstes müssen wir mal die Hochblockhallen machen. Er hat das Ganze sogar schon mal aufgenommen, weil es verkackt habe. Äh, äh. Man könnte natürlich auch erstes Keller, denn das Kellergeschoss ist ab 91. Das ist erst ab 7. Ach. Äh, äh, äh. Ich möchte endlich... Hallo. Mit mir. Was machst du hier? Hallo. 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 Oh, schnell weg. Hallo. Hallo. Hi. Leute, bald machen wir hier mit dem, äh, mit dem, äh, mit den Insel-Weons weiter. Aber wir wollen den finalen Bot noch einmal um, umbringen. Abstechen. Ja. So in die Leber. Ähm, ja gut. So in die Leber. So in die Leber. So in die Leber. Ist da das Quinten-Plane-Tro? Ja, ich hätte gern Doktor Haus. Hehehe. Oh, okay. Ich bin in die Zeit bestgegern in Thanos. Ich wünsch dir, dann finden sie da und wird gern befehlen geben. Mhm. Also du meinst die Handschuhe? Und hab ich schon gegen einen und dann so Buh! Ich kann alle sterben auf der Menschen-App. Na, die, die finale Waffe. Ich glaube, auf den neuen Inseln, da wird's richtig krasse neue Sachen geben. Es soll auch neue Monster geben und zwei neue Bosse. Ich glaube, wenn man alle von diesen Ruinen macht, wenn man alle von diesen Geheim-Missionen macht, dann kommt man auf eine Geheim-Mission und da ist es einfach so eine Regenbogen-Insel, die ist echt geil. Ja, das ist wirklich so. Was ist? Das ist wirklich so. It's a miracle! America! Hoffentlich schmiert bei dir jetzt nicht das Spiel ab, wenn ich Raketen schieße. Lenkt bei dir irgendwas? Nein. Ja. Manchmal ist das einfach ein bisschen überlastend für die Placetracken. Wartung! Bombe! Ja gut, die Bombe hat da hinten jetzt nicht mehr so viel gebracht. Ah! Oh, ich hab ne Streitkolben. Der ist aber... Ist der besser? Ja, tatsächlich schon. Ich bin kurz mich an Verbesserung, ne? Mein Game ist aufgestürzt! Also... Warte mal! Ich weiß, warum mein Game... immer wenn ich meinen Blitz benutze, kackt mein Game ab! Ja gut, dann solltest du vielleicht den Blitz nicht mehr benutzen. Verkauf ich den jetzt eben, wenn ich reinkomme. Äh, du weißt aber, dass dann dein Level runter geht, ne? Ja. Ja, aber ich hab ja halt auch finales Grön. Achso, ja gut, dann verkaufe ich. Wir schaffen das schon irgendwie. Aber das sieht schon lustig aus. Du läufst auf der Stelle, das muss man auch können. Äh, Moonwalking! Ja, also mit der Keule komme ich wesentlich besser klar. Boom, boom, boom! Hm! Wer will meine Keule spüren? Du da? Du da auch? Boom! Ah! Da war mein finales Grön wieder. Irgendwie mag der Blitz nicht nicht. Ich glaub, der schlägt sogar wirklich meine Internetleitung ein. Naja, ich glaub nicht die Internetleitung. Einfach nur die Plaything-Leitung. Was für eine Plaything hast du? Normale. Okay. Ich weiß, ich bin nicht so ein, äh, ich bin nicht so ein Experte, was das angeht. Also ich hab jetzt eine Playstation Pro. Ja, und mein, wie hast du denn eine Playstation Pro? Wie alt? Mhm. Ich glaub, Gabi, seit ich acht bin. Vielleicht jetzt, ihr, jetzt fünf Jahre oder so, glaub ich. Nee, die Playstation Pro gibt's noch nicht so lange. Echt nicht? Erst seit einem Jahr, zwei Jahre. Äh, nein, das kann gar nicht. Die Playstation Pro, die gibt's doch schon gleich. Äh, Tane ist bestört. Ich bin in deinem Cut-Team. Nein. Ich bin in deinem Cut-Team. Ich wiederbelebe dich. Nein. Äh, ich hätte es schaffen können. Nein. Ich bin grad mit einer Cut-Team drin. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Ich bin in deinem Cut-Team drin. Ich will ein Glitz nicht verkaufen. Ist mein Problem. Ich findest schon noch was anderes. Mann! Man sieht mit 20.000 Schaden. ja gefühlt dann bist du zumindest wieder auf meinem niveau dann ist keiner von stärken diese keule macht nicht genug schaden hilfe junge kann doch nicht sein dass ich nicht genug schaden mache ich habe zweimal verdreifacht geschärfe wo kommt man überleben ja gut hilfe dann ist hier nicht so weit und kommt da wieder mehr du kennst das ja dann sind wir wieder geschichte gut das und geschichte schreiben hier vorne geht noch um so lange nicht mehr kunden tun wir nicht verdammt kakt ist so oft ab das kann ich mal nicht viel gedruckt kann kann mein game ab wenn ich bin wenn mich final unaktiviert wird ich habe ein game nicht ab was ich mir sein die raketen machen zu wenig schaden glaube ich das zum glück habe ich mir diesen seelenbombe geholt oder gar zum glück hatte die bekommen lang was so ja gut du lässt dich von dem kleinen gegner im spiel töten gefühlt ich hab gerade gegen drei maria zu zauber und ich habe die typen gekämpft die so diese dinge zu machen feuer feuer blöd feuer blöd weg mit euch ihr blöden flammen viecher wo hilfe ich beschütze dich Aua. So, Regner, äh, Dings. Oh, scheiße. Ja, gut. Da oben sind noch zwei Diener. Diener? Was denn jetzt? Diener oder Magier? Ich weiß das gar nicht mehr. Das sind, glaub ich, Diener, oder? Nee, Diener tut ihm den Exzen. Das hier sind die Julikaare sozusagen. Das sind Magier? Steht nicht sonst immer oben Magier, wenn ein so ein großes Ding da ist? Ach, ich hab keine Ahnung. Ja. Ich glaub, mit meiner Mutter gesprochen, wenn ich fragst, wie du mich gesprochen hast. Mh, ich hätt' mir das denken können. Sagen wir's mal so. Ich mein, dass wir direkt in den Zuschauern. Ach so. Immer wenn ich in einem Blitz drin stehe, wenn immer einer Blitz runterkommt, ich grad im Blitz drin stehe, hat ein Gamer. Wow. Alter, diese blauen Flammen sind so ätzend, ne? Du hast das TNT runtergeworfen. Nur zu deiner Info. Diener, okay, ich komm noch kurz eine Pause, weil ich bei der Atom bin. Jo. Münzen. Lecker. Lecker Münzen. Dääh, da unten sind noch Münzen. Hier. Tannis. Ja, renn einfach weiter. Weiß aber, dass du dir jemanden brauchst, oder? Die Emma ralfen. Die Stärke bringt bei mir viel mehr, oder? Kann sein, ich weiß es nicht wirklich. Also auf meiner Keule ist zweimal dreifache Schärfe. Und ich weiß nicht, so stark ist das gar nicht das Ding. Ich meine, es geht halt, ne? Es geht. Du musst auch mal gut mitgehen. Ich hab immer noch 82 Krass gefehlt. Da hat sich nicht viel geändert. Ich hab 92. Ja, okay, aber wenn du den Blitz wegmachst, nicht mehr. Du musst den Blitz irgendwie austauschen, wäre am besten. Ich darf den Blitz ja nutzen, weil ich den Blitz darf nicht auf mir einschlagen. Ja, das ist aber schwierig zu kontrollieren. Der bietet ja immer den nächsten Gegner, aber ich seh auch, wo der Blitz hingeht. Oh, jetzt kommt, glaub ich, das Finale so ungefähr. Ne, dann. Wow, ich, hä, wo war ich denn an Brennen? Ich bin natürlich gut davon gar nicht. Oh nein. Jetzt geht's jetzt zum Boss, glaube ich. Ja, stimmt, da, hä? Ne, ne, da, oder? Ne, ich glaube nicht. Ne, es geht noch weiter. Lege ich grad auf der Karte. Weil mein Boss ist größer. Fuhr, Tinti. Hat sich gut gemacht. Q-Bird. Meister, wir müssen das hier schaffen. Haben wir eigentlich schon ein Leben verloren? Nein. Ja, dann ist doch geil. Meister, kämpfen ist super. Wissen Sie das noch? Kämpfen super? Ich tue mal so, als hätte ich das grad nicht gesehen. Nein, jetzt lass mich doch mal alle in Ruhe. Lass mich einfach alle in Ruhe, ja? Also ich muss sagen, ich hätte schon von mehr Lags, mit mehr Lags hätte ich schon gerechnet bei den Raketen. Jetzt seh ich an meinem Blitz. Ich weiß, aber allgemein, ich meine die Raketen, da hätte ich mir mehr Lags vorgestellt. Die gehen eigentlich noch. Ich mach 7000 Schaden mit meinem Blitz. Lass es. Oder will jemand kommen? Alter, was war'n das? Du hast den Blitz wieder benutzt. Was ist? Du hast den Blitz wieder benutzt. Alter, alter. Okay, die Pfeile sind geil, irgendwie. Obwohl die gar nicht so gut sind. So von der Stufe her. Leben. 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 Äh, hier ist noch irgendwas. Ach, da unten. Okay, Tarnischlein einfach weitergehen. Weil da vorne ist irgendwas noch, glaub ich. Ach, helfe. Ich kämpfe dann noch mit nem Feuermann. So, komm mal. Endlich Vorräte. Jetzt kommen wir raus. Jetzt geht's raus und dann nach einem Thron sein, weißt du noch? Ja, stimmt ja. Alter, fuhre dir unten den ganzen Mist an. Hä? Abfall! Vernichten wir diesen Abfall. Räumen wir ihn weg. Ich hasse aufräumen. Ja, wir räumen doch schon auf. Aber ich hasse aufräumen. Kann ich da die ganzen Schweine umbringen? Nee, leider nicht. Ach man, nur Deko. Warum kennen die Puntz eigentlich für den Typen? Ich weiß nicht, die sind so dumm, um was zu kapieren. Die greifen, glaub ich, jeden an einfach. Ey, Alter! Garnisch! Jetzt alles super. Jetzt sind wir doch nicht ins Gelächter. Und doch, wir sind schon zweimal gestorben. Oder auch einer. Ich weiß gar nicht. Wir passen jetzt auf, wir bleiben jetzt zusammen. Wir gehen jetzt durch die Mitte. Toten der Unlebbarkeit. Wollen wir eine Vernichtung? Toten der Unlebbarkeit. Ja, man kann nicht leben. Mit dem Tod. Das hat dich total gelohnt. Ey, Cube. Alter! Ey, der hat Cube geklaut. Nur die Cube geklaut. Ja, genau so. Ey, da sind's... Hä? Ich hab'n Hebel gefunden. Halt's auf. Hier rein. Ist das... Ist das der... Geheime... Geheime Dungeon? Drücken. Die bekommt man nämlich, die, ähm, Dings her. Ist ein Ding, wie heißt das? Aufheben, hä? Was ist denn passiert? Eine Rune. Das ist die erste Rune. Die musst du in jedem Level finden. Oh, scheiße. Da haben wir auch noch was zu tun. Das ist ein Geheimnis-Level. Da haben wir aber noch was zu tun. Heißt, ich muss in jedem Level, jede Wand, jede Boden, jede Decke abgehen, um so'n Knopf zu finden. Ja. Spiel, fick dich. Ich hab'n Levelaufstieg dafür bekommen. Deine. Ja, gut, für'n Levelaufstieg mach' ich das natürlich gerne. Naja, eigentlich ja nicht. Levelaufstieg ist... Naja, also da will ich schon ordentlich Menü für kriegen, eigentlich. Warte, was macht man dann eigentlich mit den ganzen Runen? Ach, stimmt. Mit den ganzen Runen kommt man dann doch in dieses Geheim-Level, oder nicht? In dieses Regenbogen-Level. Naja, das Regenbogen-Level kriegst du, wenn du, wenn du alle Gankens hast, dann kriegst du den Erfolg, ähm, Legendes, ein Geheim-Erfolg. Ich bin auch ne Legende, ja? Ich werd' mich ja wohl als Legende bezeichnen dürfen, ja? Ich bin schon mal rein. Mich gibt's nur einmal. So komisch, dass es Menschen nur einmal gibt, oder? Hier war doch noch so'n komiker Eingang gerade. Hier sind zwei Eingänge auf der Karte. Reisen. Lol, was ist das denn? Ich bin im Untergrund irgendwo. Jan, äh, Thanos, teleportier dich mal. Redstone holen, oh scheiße. Ich tölt' gerade die ganzen Köche, ich mach' gerade Trott. Ich bring' schon mal alle Köche um ohne dich. Ich brauch' dich aber mal. Dann komm' ich eben. Ah, dann in Ruhe, Golem. Achtung. Aua. Ah, ah, fast tot. Ein Game-Tasten-Card. Nein! Hier muss aber irgendwas sein. Ich mein' sonst... Ich hasse, Alter, du bist so ein Golem, Alter, die sind das Schlimmste, was es gibt. Auch wenn die Nekromanten sind das Schlimmste, was es gibt. Hä, der hängt bei dir fest. Der hängt bei der Leiche. Ja. Ich belebe dich! Bleib einfach da stehen. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Ich stöte ihn jetzt so. Ich kann dir aus einem ganz geschockten Grund nicht helfen. Du machst fest? Oder hast du dein Spiel geschluckt? Ich bin nicht drin. Mein Game ist eben abgestürzt. Aber dein Blitz hast du doch gar nicht genutzt? Doch, ich hab' mich selber geschluckt. Ich hab' einen Golem geschockt. Das Game kann mich darauf klar. Wow! Hilfe! Ist der Golem tot? Ja, der Golem schon. Aber die... Hier sind zwei verzauberte Geister oder sowas in der Art. Und die ziehen mich immer an. Ah! Und... Achso, das sind so verzauberte Flammengeister. Och ne! Okay! Lass mich doch in Ruhe! Lass mich mit euren Flammen in Ruhe, ja? Wow! Hilfe! Ihr portiert euch da nicht rum! Bist du noch... Wirst du im Spiel gerade? Ja, ich kann mich bewegen. Ich bin gestorben. Okay. Hab... Hab es gesehen. Bumm! Ne neue Keule, aber die ist schlechter. Äh, 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 äh. Brauch unbedingt ne neue Waffe, äh, äh. Schon wieder... Hallo? Ah, hier sind noch mehr Räume. Ich hab grad schon gedacht, hier ist nix oder was? Hey, hey, meins! Okay, hier nicht. Anscheinend müssen wir noch weiter rein. Ey, wir haben nur noch... Ja, wenn wir jetzt sterben, sind wir raus. Das Level ist so schwierig. Hallo, wo geht's hin? Hier geht's doch noch weiter. Hier gibt's irgendwas drin. Wann ist das noch nicht erkundet? Wir würden einfach taktisch spielen. Ja, man. Let's go! Woo! Ja, gut, also ich leb noch. Und du? Okay, das war ne blöde Frage. Ich weiß, dass du noch lebst. Ja, ey. Ey, da ist ein Gold... was Gold ist auf meiner Karte. Hä, hier ist noch irgendwas. Warte, warte. Ach, hä? Hä? Was ist das da? Das ist ein Loopsick. Die nicht geöffnet hat. Ne Edgar hab ich da umgebracht. Eine Hochland-Axt. Alter! Ja, gut. Also die... Die ist geil. Oh, die kann ich gut level... Die kann ich gut verzaubern. Explosion. Rittlicher Treffer. Dreier... Dreierschaden oder Verbrennung? Hat eine Hochland-Axt eigentlich eine... 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 Kombinationsangriff? Weiß ich nicht. Ich hab... Ich könnte Schockwelle drauf machen. Schockwelle machen schon mal drauf. Auf Kombinationsangriff. Wenn ich... reingeißen wo drüber. Wo hier waren. Der... dieser eine Eingang hier ist verschlossen. Ah ne, doch nicht. Ach so, da. Da bist du rein durchgegangen. Ja. Hier bist du jetzt. Okay. Ach so, wir sind wieder hier. Loll. Loll. Ich habe das Essen eures Meisters zerstört. Weil mein Meister ist stärker. Mein Meister braucht das Essen. Also ich oder was? Ja. Und ich dein Meister. Keine Ahnung. Du störst die ganze Zeit. Wetter! Das ist der beste Grund warum du mein Meister bist. Du störst die ganze Zeit. Der beste Grund auf der Welt. Ich glaube jetzt kommt... Ja da vorne kommt schon das Finale glaube ich. Oh. Du denkst ja hier kommt das Finale. Alter. Drenn. Renn und heil dich. Kämpf nur gegen die zwei die jetzt bei dir sind. Du musst das überleben sonst müssen wir von vorne anfangen. Gesniped. Boah dieses Schkacklevel. Schwacklevel? Schkacklevel. Schwacklevel habe ich verstanden. Nee. SCH. Kacklevel. SCH. Kacklevel ja. Sacklevel SCH. Nein. Sach. Ich habe einen Golem Bausatz. Was soll ich dem Golem Bausatz ever setzen? Den Feuer wegzuerbauen oder den Feuerpfeilen? Gute Antwort. Danke. Ich weiß es nicht. Ich mache den Raketenwerfer weg, weil der ist nur 71. schrecklich. Und irgendwie finde ich die Peile besser. Mach ich. Mach ich. Ich mache den Tain schrecklich. Das ist so schön. Ich mache den Tain. Kack성을 haben. Das ist so schön für das Schreck. Die Tain. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ey, ey, ey. Wir müssen diese Kristallkugel für immer zerstören. Das ist kein Schmuggel. Eine Schmuggel? das erste mal ein video zusammen aufgenommen haben das weiß ich nicht mehr ist das war die erste folge von die vermeiden also meine gegner explodieren jetzt was ich geb dir ein headshot und du fällt um das neue lied das ist mein golem den haben hier oben aber so ein golem ist doch eigentlich kastisch ein jolem also meine achse ist echt geil würde ich schon sagen meine mutter die ist öfters auf meinem youtube kanal ich habe das nicht der elternsatz zu dass du youtube machst die rede ständig irgendwo rein ah es leise mal weiter und vor allem kümmerlich kümmerlich wollen. Die Speckschnelle. Die Speckschelle. Ja, die Speckschelle, das ist aber weh. Die Speckschelle. Dann gehen wir mal weiter, downtown. Ah, heuer, 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 heuer. Was noch, die Menschen, die wir möchten, die sind noch in der Steinzeit, könnten schon welche Gameplay stoppen. Wir wünschen uns da nicht grün, schießt es, geht bitte die blauen Flammen. Ja, und Flammen sind echt echt. Die tun weh. Ja, dann auch. Die sind echt heiß. Ich kann den Gegner halt runterwerfen, weil ich ihn nie nach oben hab. Darf ich mal runterwerfen? Ui, der fliegt da. Geld, Geld. Hier ist Loot. Oh, ein Schattengebäu für mich, eins für dich. Hallo, dein Schattengebäu. Okay. Hey, warum habt ihr die nicht gesehen, oder was? Die sind unsichtbar. Okay. Gehen den direkten Weg zum Boss, wir nehmen keine Umwege. Ja. Hey, eigentlich könnten wir doch nochmal in die Höhle, weil dann kriegen wir vielleicht wieder geile Sachen. Du meinst die Abfallkanalisationen. Ja, die sind in den Bronnen, meine ich. Alter, der Golem, der ist viel stärker als ich. Ich hab wieder gefühlt. Naja, der ist ja eigentlich, wenn er Stufe 82 ist, ist er ja genauso stark wie... Also ich bin 85, aber ich weiß wie ich das meine, glaube ich. Ah, da waren Gegner. Ja, der ist ja genau aus. Tanis. Wisse. So. Oh, oh, Alter, was war das denn? Was haciendo? Ich hab auch ne Mega Explosion. Nicht hier rüber gehen. Wir gehen da und gehen straight zum Ende. Was? Wir gehen straight zum Ende? Wir trainen uns das Ende. Das ist dein Ende, to8. Oh nein! Golem, machst du fertig! Wo denn? Was denn? Hast du das? Ja gut, jetzt weiß ich, warum du auch ne schreit. Ah! Bin abgestört! Weg hier! Machst du dir alle kalt! Wir gehen gleich jetzt hier hinten, wo ich bin. Wir bleiben jetzt hier hinten und mobben unsere Mobber kaputt. Der Mobber wird gemobbt und mobbt andere Mobber. Wir vermoden nie, come on! Ach guck mal, wir kriegen die eigentlich, kriegen wir die doch ganz gut klein gerade. Also echt... Drum teleportieren! Alter, fast tot! Komm, 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 komm! Nein! Egal, wir haben ja noch zwei. Schiff, je nach, kommt noch ein Schwierigkeitsgrad ein Geheimer. Hölle! Hä, Ende einer Tage ist doch schlimmer als Hölle. Ende einer Tage ist ein Stück vor Hölle. Und ich bin da nicht so in der Alta hingegangen. Kohle! Ah! Renn weg! Renn weg! Oder heil mich! Dannes, wir wollen hier nicht nochmal sterben. Achtung, mein Skelett ist hier. Boah! Da, der Zombie hat dich richtig verändert gemacht. Und das ist mein gut finales Früllen gewesen. Ja, ich weiß, aber der hat ja voll viel Schaden abgezogen. Für so einen kleinen Fratz. Ich muss kurz mal warten. Ja, lass mal warten, bis unsere Heiltränke wieder da sind. Also, bis du... Ja, ja. Jetzt warte noch, bis dein Heiltränke wieder da ist. Gut. Wie dann nicht. Alter! Hätte ich bloß gewartet. Hilfe! Alter, was? Ist ja, drum herum teleportiert in meinem Game! Das letzte Hulse war bei mir! Woa... ja gut ich habe alle magier ausgeschaltet ich bin tot kaum zu glauben aber war hier aber das kann man nicht gefallen ich mache keinen schaden ich glaube die ganze Zeit rum mein Game hat sich aufgeahnt ja gut und ich bin gestorben und jetzt bist du aufgestorben ich bin aufgestorben ja du wurdest kranker belebt ich laufe einfach durch so ein Boss ich lebe bei mir noch aber kannst nicht heilen ja du lebst eine Lüge was bringt mich die ganze Zeit in Luft von irgendwer kriege ich einen Schlag aber ich bin tot lebst du noch? ja wieder weil ich belebt wurde und beim nächsten Mal sterben ist Game Over ja ich glaub du hast dich zum Boss ich guck dir auf einen Boss angekommen mein Game zu schütteln ja du warst schon lange nicht mehr hier was in einer anderen Welt von meinem Leben von dein Boss sohn der ist einfach tot gewesen der ist im Dreck geschickt so ich versteck mich nicht mehr auf ein bisschen Musik was passiert nix mein Game Card ist ich war draus behorfen das ist immer schön so wieder regeneriert alter das mit dem Seelenhaal mit dieser Seelenbombe ich krieg es einfach ich versteh es einfach nicht diese Dinge konnte ich dann hier einmal zünden Golem geh kämpfen ich kräfte mich vielleicht ein oh moil komm einfach wieder rein kann ich nicht warum nicht? die Einladung funktioniert nicht mehr denn dann ich schiebe nochmal neu ein hä? na doch da Einladen Ich erinnere mich da nicht angekommen. Golem, das macht du gut. Weiter. Rudi, ich krieg eine Einladung. Ich kann nicht immer zweitreten. Ich kann nicht zweitreten. Ich kann nicht zweitreten. Und was ist? Ich kann nicht zweitreten. Alter, warum denn nicht? Ich kann nicht zweitreten. Okay, ich bin bei den Vorredner angekommen. Ich kann nicht kommen. Ja. Ja. Ich will für den Kurzplatz. Hallo? Ich bin jetzt nicht unten. Ich kann nicht zweitreten. Was ist das? Ich kann nicht zweitreten. Okay. Ja, moiiiiine. Na, dann musst du vielleicht wieder die Playstation neu starten, aber das ist es. Scheiße. Ich war jetzt noch in den Leveln, wo man immer volle Leben hatte wegen irgendwas. Das war, glaube ich, wegen Dornen oder so. Ja, Dornen und Regen-Narrationen oder irgendwie sowas. Boi. Na okay, also das Haus hat schon extreme Vorteile, würde ich sagen. Ja. Boi. Boi. Ja, boi. Geil voll! Geil voll! Ja, mein Ding ist abgeschnürt! Wow, ein Unicorn! Da ist mein Fisch. Ich brauche, Q-Bird! Q-Bird, wo bist du? Q-Bird, wo bist du? Da ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Oh nein. Das ist ein Fisch. 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 Mit dieser Fisch. Das ist ein Fisch. Hallo. Hallo. Bist du gestorben? Ich gebe mein Bestes nicht zu sterben. Noch bin ich nicht gestorben, nee. Da habt ihr schon mal vorgeschmackt, wie extrem schwierig das Finale wird. Abonniere dich. Abonniere dich. Game over. Ja, Leute, in der nächsten Folge leveln wir dann nochmal was und machen dann das Finale oder irgendwie sowas, dass wir das jetzt offscreen machen. Dieses doofe Level, ey. Boah, das bringt mich so zum Kotzen, ey. Ich hasse das. Das ist mein absolutes Hasslevel. Das war's schon immer. Was ist? Ciao, ciao. Und die Zuschauer. Achso, ja. Leute, wenn ihr euch ein Video gefallen habt, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da und aktiviert die Geil-Docke. Wir haben keine Zukunft in den Folgen mehr zu verpassen. Haut rein. Ciao, ciao.